hallo meine freunde zur weihnacht runde betts wir versuchen gerade ja pflanzen von eigi zu finden nachdem ich mal herausgefunden habe hier mensch jetzt ist doch dass noch ein paar leute erschießen ja genau das ist doch aber du musst sie aufwägen naja das ist auch geil das ist genau drunter ja ja suche tiefer ich muss den sonarimpuls aufrechterhalten damit er die erde spaltet und abis pflanzen befreit ach so dollar ah ha 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 geil hier geht's ab jetzt uiuiuiui für die pflanzen action na 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 ha 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 nein ich habe es gesehen weil die die kleinste hier quatsch A-ha-ha! Ey! Boah! Boah! So, geh weg mit dir! Ich will hier den großen bisschen bearbeiten! Und BOOM! Weck bist du mein Vorlein! Was ist denn mit dir los? Geht's dir gut oder was? Och! Das gibt's doch gar nicht! Mensch! Was? Du hast alles überlebt, was ich gegen dich ins Spiel brachte und stirbst jetzt einfach so? A-ha-ha! Mann! Konstruktion! Leute! Scheiße! Sie wird sterben, wenn du sie nicht aufhältst! Ja, ich halte sie schon auf! Keine Angst! Halt sie auf! Das kommt ran hier, ey! Ja, für ne Macke! Och, das ey! Nein, ich will aber auf die ganze Zeit versuchen nicht zu da, aber auf die Tasten zu drehen, ey! Aber das geht irgendwie nicht anders! Ich brauche mehr Zeit! Och, sag mal, bin ich denn nur so bejagt, ey! Hey, Alter! Wieso springt er nicht über den Typen-Trupper? Mann! Das bin ich ja gleich wieder down! Boah! Was mach ich denn aber hoch, Alter! Wieso bin ich denn so schnell down? Das gibt's doch gar nicht! Alles auf schwarz gesetzt und doch verloren! Mann! Fuck! Ey, komm jetzt hier! Das kann doch wirklich so schwer sein, Mann! Na gut, ich habe mich aber immer mehr auf Kugelsicherer ausgeskillt, als mal auf Leben, ey! Das müsste ich mal vielleicht ein bisschen ändern, würde ich sagen! Oh, die Ladezeiten, ey! Ich hasse es! So, jetzt hier, Panzerungen, ran! So, jetzt hier, Panzerungen, ran! So, jetzt hier, Schluss mit lustig! Ne, Kampf! Dann noch einen Tritt! Oh, was geht's hier los, ey! So ne Backe oder was! Jetzt kommt her, ey! Ach, ey, sag mal, hier willst du sowieso rausweichen hier, diese Scheiße! Ich hab dich, ich bin bei dir weggesprungen, ey! Ich hab dich nicht geschlagen! Oh, mein Gott, mein Mann! Ja! Ach! Ach! Ich konnte gar nicht hier, du! Ach! Ich konnte gar nicht hier, du! Fuck! Mann, ey! Es geht doch, ey! Klick, 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 klick! Scheißegal! Jetzt! Geschafft! Jetzt! Sie ist ausgewachsen! Jetzt sollte sie stark genug sein, um das Toxin zu neutralisieren! Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden! Bleib in den Gärten, Ivy! Ich melde mich, wenn sich etwas tut! Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden! Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen! Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern! Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight! Natürlich, Sir! Aber das braucht Zeit! Lade die Daten auf den Bad Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist! Ja, Sir! In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln! Ha! Okay! Bis wir in den Ausfall! Alfred, ich bin auf dem Weg zu den Filmstudios! Bereite die Analyse des Stützpunktes des Arkham Knight auf Pallerscheid Ja, ich muss das wirklich mal machen! Ach, ne, ey! Ich stelle mich mal so gerne, das ist so wahnsinnig! Na ja, gut! Bis Salz! Schell ist doch wegspielen sollen! Scheiß Destiny Sucht, ey! Das gibt's doch gar nicht! Hahaha! Das war dieser Rätseltyp! Frag lieber nicht! Frag lieber nicht! Das war dieser Rätseltyp! Frag lieber nicht! Das war dieser Rätseltyp! Ja, das dauert ein bisschen länger, aber ich mach mit den Betten bin ich mal vorne, ey! Das ist irgendwie gelastend! So, Ridler! Da wird irgendwas zu sagen! So... Hier ist auf jeden Fall... Denk nur an Robin da unten, der sein Leben mit Barbara plant! Vielleicht überlebt er sich Namen für all die kleinen Fledermäuschen, die sie mal bekommen! Er kann so froh sein, sie ist so liebenswert! Für meinen Geschmack ein klitzekleines bisschen zu tot! Und... Der Typ, ey! Jogo ist einfach so eine geile Typ, ey! Wahnsinn! Okay, jetzt sind wir hier! Jetzt sind wir hier zu meinen... Entschuldigung, den Joker Komplizen! Ach... Sir, wie werden Sie Muscle Drake von Marlboro erzählen? Er wird erschüttert sein! Er könnte unüberlegt handeln! Gar nicht! Noch nicht! Ich brauche ihn für das Heilmittel! Sir, es war schlimm genug, bis Gordens Entführung zu verschweigen! Aber das ist falsch! Wir alle müssen Opfer bringen, Herr Fred! Sie sollten sich das gut überlegen, Sir! Wenn er herausfindet, dass sie fort ist und sie es verschwiegen haben, werden sie ihn verlieren! Für immer! Hm... Auf jeden Fall! Bis wir mal ein bisschen nachdenken, wie wir es am besten hier rüber bringen, dann! So... Schön, dich zu sehen, Batman! Erstmal hier! Oh ja, Robin! Schlimmer! Das kriegst du doch in den Griff, oder? Du wolltest mich hier rauslassen! Sir, die Langstrecken-Scanner konnten den Cloudburst nicht aufspüren. Schick den Batwing und lass ihn einen Thermalscan durchführen. Nichts, Sir! Founders Island wird durch einen an zwei Radar-Türme angeschlossener Raketenwerfer geschützt. Sie werden weder Batwing noch Batmobile in die Nähe bringen können. Ich kann die Radar-Türme zu Fuß zerstören, wenn wir einen Weg finden, die Drohnen auszuschalten, die sie beschützen. Nun, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe eine besondere Drohne identifiziert, die als Relais für alle eingehenden Funksprüche zu dienen scheint. Wenn ich diese Drohne in die Finger kriege, können wir vielleicht die Sicherheitsprotokolle rückentwickeln und mir genug Zeit verschaffen, die Radar-Türme auszuschalten? Vielleicht, Sir, aber es hört sich gefährlich an. Zu gefährlich! Es ist der einzige Weg. Ich halte dich auf dem Laufenden. Aha, gut, okay. Vertraue mir, Robin. Es geht ihr gut. Konzentrier dich auf das Heilmittel. Du musst das nicht allein tun, Bruce. Ich helfe dir. Ich regle das. Wir brauchen das Heilmittel. Und das kriegen wir. Dauert nicht mehr lange. Hör zu, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin hier. Hat kein Bock mehr auf dich, Robin. Verstehst du das nicht? Ich war sicher, du würdest es ihm sagen. Ehrlich zu ihm sein wie bei Gordon. Aber du hast dir gedacht, warum sollen wir ihn jetzt brechen, wenn wir ihn später zerstören können? Klassischer Joker-Zug. Etwas wahrhaft Schönes passiert hier, Beds. Du Gunder. Na ja, die Bettrüstung ist ganz schön ramponiert. Die glänzt gar nicht mehr so wie am Anfang. Der ganze Weile in dieser Höhle von einem Verstand herum. Du glaubst ja tatsächlich an diesen Heilmittel Nonsens. Ha! Oh Bruce, vergiss das Heilmittel. Konzentrier dich einfach darauf, den Arkham Nein zu erledigen. Das hat mich schon geil gemacht mit den Halluzinationen. Das fetzt auf jeden Fall. Da haben wir Glück noch. Das war das Psychologisches Experimentes und wir nicht als Schachfiguren in einem Krankenspiel. Nein! Nein! Achso, guck mich mich auch. Ach, hat die gone. Aber das ist der nächste Firefly. Egal. Moment, das war noch nicht. Ah, jetzt ist es in seiner Zeit. Na ja, schreit irgendwas. Max Luther hat hier irgendwo ein Gebäude stehen, nicht wahr? Drüben am Blaser. Hast du auch gehört, dass er in dieser Höhle investiert haben soll? Warte mich nicht wundern. Herr Lieber hat nun schon eine Weile mit der Stadt. Und wenn der Batman los wird, muss er sich immer noch mit Bruce Wayne aufschlagen. Muss er. Muss er auf jeden Fall. Bin nur gespannt auf das nächste Projekt von Rösserdy, ob das Superman wird. Also, ähm, wurde schon einige Hinweise auf jeden Fall gegeben im Internet. Und bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie das im Endeffekt machen wollen. Wäre natürlich mega geil. Wer das nächste Man aufs Deal sein wird. Wo kannst du ihn? Okay, das sind jetzt die Panzer. Ich komme jetzt auf jeden Fall nicht auf das Gelände. Ah. Mal gucken, wie ich da jetzt am besten rankomme. Nein.